Hallo. Danke, schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch einen schönen Tag, den Sie ja wahrscheinlich hier verbringen werden, oder? Ja. Stimmt, ich sehe Sie ja immer, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Da sitzen Sie ja hier schon. Ist nicht so kalt hier? Nö, geht. Geht? Äh, sagen Sie, rauchen Sie eigentlich? Nee. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Und Sie sitzen dann auch immer bis abends hier? Mhm. Heute auch? Ja. Super. Sie sind meine letzte Rettung. Es hat sonst keiner Zeit. So, hier ist alles drin. Spielzeug, Feuchtis, Essen, Windeln. Ich habe extra ein paar mehr mitgebracht. Der hat grad ziemlich starken Durchfall. Ja, ich weiß nicht. Ist eine Flasche Korn okay? Also ich denke, ich bin so um sechs, spätestens halb sieben wieder da. Bis heute Abend. Dankeschön. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Tschüss.